Hi, hier ist Matthias von die PraxisFamily. Heute geht es um Eisen und den Eisenmangel. Eisenmangel ist häufig ein Thema, wird auch häufig diagnostiziert oder selber diagnostiziert oder in Verdacht gestellt und was hat es jetzt eigentlich damit auf sich? Wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich Eisenmangel da ist und wie kann man den behandeln und worauf muss man aufpassen? Eisenmangel selber ist sehr, sehr schwer festzustellen. Unser Körper geht mit dem Eisen sehr vorsichtig um. Er braucht Eisen, vor allen Dingen für das Blut. Das Hämoglobin, das ist dieser rote Blutfarbstoff, hat ein Eisenmolekül und dieses Eisenmolekül bindet an Sauerstoff. Das heißt, ohne dieses Eisen im Hämoglobin ist es nicht möglich, Sauerstoff durch den ganzen Körper mit dem Blut zu transportieren. Und das ist immer ein ganz entscheidender Hauptgrund und das ist auch der Hauptgrund oder die Hauptmöglichkeit festzustellen, im Anfang, ob Eisenmangel da ist oder nicht, es wird aufs Hämoglobin geschaut. Dann sieht man, Hämoglobin ist wenig, könnte Eisenmangel sein. Die Symptome sind in der Regel dann Sauerstoffmangelsymptome, also Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, vielleicht manchmal auch das Thema mit der Haut, dass die Haut rissig wird, die Zunge kann Probleme machen, also typische Eisenmangelsymptome. Die Anämie, die wird dann erklärt, wenn Hämoglobin viel zu wenig ist und wenn bestimmte andere Faktoren im Blut zu gering sind, dann hat man eine Blutarmut. Ja, das ist das eine. Es kann aber auch ganz andere Gründe geben, warum Hämoglobin nicht richtig hergestellt wird und es kann unter Umständen gar nicht unbedingt nur am Eisen liegen. Es kann auch sein, dass zum Beispiel eine HPU vorliegt. Das hat dann mit dem Eisen gar nichts zu tun. Es gibt dann andere Störungen, die dazu führen, dass Hämoglobin nicht richtig gebildet wird. Also es ist nicht immer Eisen. Deswegen geht man her und guckt als zweites dann nach dem Eisen im Blut. Eisen im Blut, das sogenannte freie Eisen, ist aber auch überhaupt nicht aussagekräftig. Es kann sein, dass das Eisen hoch ist oder niedrig und es sagt überhaupt nichts darüber aus, ob ich genug Eisen im Gewebe habe oder nicht. Denn wenn Eisen hoch ist, kann das auch was ganz anderes bedeuten. Das kann zum Beispiel heißen, ich habe eine chronische Infektion oder eine akute Infektion und deswegen ist gerade ganz viel Eisen in meinem Körper im Umlauf. Das heißt nicht, dass ich genug Eisen habe. Vielleicht habe ich ja wirklich einen Eisenmangel. Umgekehrt, niedriges Eisen im Blut heißt noch lange nicht, dass ich auch niedriges Eisen in meinen Zellen habe und in meinem ganzen Biosystem und im Blut. Also das bedeutet, Eisen, freies Eisen ist nicht optimal als Nennwert, als Kenngröße. Dann gibt es das Ferritin und das Transferin. Ferritin ist der sogenannte Eisenspeicher. Da gucken dann schon die klügeren Leute hin und gucken sich den Speicherwert an und oft ist der sehr gering. Aber auch das kann heißen, dass Eisen im Körper trotzdem okay ist und normal ist und dass ich gar nichts machen muss, auch wenn diese Werte vielleicht kritisch dastehen. Und Transferin ist im Grunde nur der Transporter fürs Eisen. Wenn der zu wenig ist, heißt es fürs Eisen, für die Eisenmenge selber erstmal eigentlich gar nichts. Wenn natürlich alle Werte miteinander zu niedrig sind, ist der Verdacht tatsächlich da, es könnte ein Eisenmangel vorliegen. Wir finden es raus mit unserer Testmethode, mit der Praxis Family Testmethode. Können wir direkt testen, ist jetzt Eisen da genug oder nicht, braucht es irgendeinen Zusatz oder nicht. Und ich sage euch, meistens braucht es das nicht, weil Eisen ganz intelligent vom Körper gesteuert wird. Der Körper versucht den Eisengehalt zu niedrig wie nötig zu halten. Denn Eisen ist gleichzeitig ein Problemstoff im Körper. Es ist ein starkes Oxidant. Es sorgt dafür, dass es als freies Radikal agiert, wenn zu viel freies Eisen da ist. Negative Bakterien ernähren sich oft von Eisen. Parasiten ernähren sich von Eisen. Unter Eiseneinfluss können Viren mehr werden. Das heißt, auch hier ein Problem. Und es ist tatsächlich so, dass Eisen die Hauptnahrungsquelle ist, eine der Hauptnahrungsquellen für Krebszellen. Krebszellen brauchen den Eisenstoffwechsel, um zu überleben. Das ist auch so, dass einige Behandlungsmethoden dagegen gehen, den Eisenstoffwechsel zu unterbrechen, um dann den Krebs zu beseitigen. Das heißt, der Körper tut gut dran, das Eisen niedrig zu halten. Es gibt so einen Richtwert, wo man sagt, man sollte, wenn man Eisenwerte anschaut, im unteren Drittel der Werte sein, der Normwerte, dann ist man einigermaßen auf der sicheren Seite. Wenn die regelmäßig zu hoch sind, gibt es einen Hinweis, irgendwas stimmt nicht im Körper. Und da muss man dann sekundär weiterschauen und gucken, was gibt es denn dann noch so. Gibt es chronische Infektionen? Gibt es vielleicht Krebs? Oder Krebszellen? Oder, oder, oder. Und jetzt ist so der Hinweis, dass zum Beispiel bei Patienten, die auf anderen Ebenen ungesund sind, in Anführungszeichen, also zu viel Gifte haben, zu viel Elektrosmog abkriegen, vielleicht noch Nahrungsmittel essen, die nicht gut sind und so weiter, dass die unter Umständen ein hohes Krebsrisiko haben. Dass also der Körper ständig versucht, diesen Krebs nicht groß werden zu lassen. Der ist noch nicht da, aber er soll auch nicht kommen. Und damit er nicht mehr wird, werden diese Sachen runtergedrosselt aus einer körpereigenen Intelligenz. Das kann also dann zu einem vermeintlichen Eisenmangel führen, sorgt aber dafür, dass der Körper überlebt. Wenn ich jetzt also hergehe und da dann Eisen draufschmeiße, wie es oft gemacht wird, kann es sein, dass ich diesen Mechanismus kaputt mache und den Körper nicht mehr schützen kann oder er sich selber nicht mehr schützen kann und dann vielleicht anfängt, wirklich Krebs zu entwickeln. So eine Krebsentwicklung dauert zwischen einem Jahr und zehn Jahre, je nachdem wo und was. Es kann also sein, dass ich da gar nicht einen direkten Zusammenhang dann erkennen kann. Deswegen ist es wichtig, diese sekundären Themen anzuschauen und zu gucken, ist das wirklich ein Mangel oder ist es was, was der Körper von alleine versucht irgendwie zu steuern. Dann ist es so, Eisenmangel kann entstehen, klassisch natürlich bei Blutungen, aber nicht bei der Regelblutung der Frau. Regelblutung der Frau ist jetzt nichts, was per se einen Eisenmangel begründet. Ja, es geht ein bisschen Blut auch verloren, aber was vor allen Dingen weggeht, ist Schleimhaut. Also das ist jetzt nicht eine Blutung von einer offenen Vene oder Arterie, die da passiert, sondern es ist in der Regel erstmal ein Schleimhautabbau vor allen Dingen. Das heißt, es kann aber sein, dass zum Beispiel Mikroblutungen bestehen, dass es irgendwo Blutgefäße gibt im Gehirn oder irgendwo sonst im Körper, wo in kleinster Menge Blut ins Gewebe hinaus, ins Lymphsystem rausgeht. Und das ist ein Thema. Das kann wiederum sein durch chronische Entzündungen der Gefäße. Und das kann seine Ursache wieder ganz woanders haben. Was wir meistens feststellen ist, dass wenn wir den Körper, ganzheitlich anschauen und den Darm sanieren und in Ordnung bringen, das Mikrobiom stark machen, sodass es auf der einen Seite nur das Eisen reinlässt, das auch rein soll und das Eisen, was nicht gebraucht wird, draußen lässt und im Körper die ganzen Prozesse optimiert. Das macht alles, machen alles die Darmbakterien. Wenn ich die optimiert habe, dann läuft der Eisenstoffwechsel wieder. Wichtig auch noch zu wissen, die optimale Ernährung, um das Darm-Mikrobiom in Ordnung zu bringen, ist in der Regel pflanzenbasiert und ohne Milchprodukte und ohne Gluten. Wenn ich jetzt ein Fleischesser bin, habe ich regelmäßig das Eisen aus dem Fleisch unter Umständen mit in meinem System. Und das ist das sogenannte Ham-Eisen. Das ist ein Riesenproblem, weil dieses Eisen geht ungebremst einfach in den Körper und stoppt wieder diesen Mechanismus, dass der Körper versucht, sich selber zu schützen vor zu viel an Eisen. Gute Eisenquellen, wenn ich Eisen substituieren möchte mit einer Tablette, ist Curryblatteisen zusammen mit Vitamin C. Gibt es in der Regel meistens in der Kombination. Das ist wertvoll, weil das wird selektiv aufgenommen, wird aber, wenn es gebraucht wird, auch aufgenommen. Und damit hat der Körper die Möglichkeit, sich das zu holen, was er braucht und selber zu entscheiden. Ansonsten ist es auch gut, wenn ich ihm gute Lebensmittel anbiete. Sehr, sehr gut sind die Saaten. Kürbiskern ist gut, Sesam ist eisenhaltig, Leinsam ist eisenhaltig. Also da habt ihr was. Bei den Nüssen sind es die Walnüsse, Haselnüsse, die geschälten Mandeln sind eisenhaltig. Da könnt ihr ein bisschen Eisen herkriegen. Amaranth, Quinoa ist eisenhaltig. Hafer, da am besten die gekeimten Haferflocken, um einfach keine Störungen im Darm herzustellen. Und dann habt ihr gute pflanzliche Eisenquellen, wenn ihr die regelmäßig dazu nimmt. Es ist wichtig zu wissen, dass ein Eisenmangel vorliegen kann, aber unter Umständen hat er einen Grund. Und es macht immer Sinn zu gucken, wo kommt das her. Weil wenn man das übersieht, rennt man gegebenenfalls in eine viel schwerwiegendere Problematik. Und am besten können wir den Rat geben, am besten kann man es rausfinden mit dem Praxis-Family-System, mit der Testmethode. Weil da könnt ihr direkt testen und priorisieren, in welche Richtung geht das, was braucht ihr da, und wie könnt ihr euch da am besten selber helfen. Mehr dazu erfahrt ihr hier unter dem Video. Und im Sinne, bleibt gesund. Ciao, der Matthias. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.